Wir haben 42 Roboter-Wurfarme, die die Bälle in die Höhe werfen und auf die Marimba aufschlagen lassen. Und wir haben hier einen Roboter, der die Percussion-Instrumenten einschreibt. Ein Quartett braucht immer vier Beteiligte. Der vierte ist dann der Mensch. Und zwar haben wir hier hinten beim Computer die Möglichkeit, Töne einzugeben. Und vor fünf Sekunden nach dem Computer-Software setzt es dann in ein 2-Minuten-Besuch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.